Wir tauchen ein in eine Ebene, in der es kalt, schwarz und nebelig ist. Die verfeuerten Körper links und rechts sind unsere Nahrung. Wir haben den Auftrag, uns selbst zu zerstören. Die einfachste Methode, wie das geht, ist das Gehirn zu zerstören. Wir halten uns dabei an das Schnellkraftprinzip. Schnelle, össer und harmonische Länge. Ich werde euch nun in dem Boot gebleiben. Hoch, wach und gute Reise. Es geht los. Schnellkraft, ist das nicht wahr, alles? Das sind die Köder. Und die sagen dir, tschüss, tschüss. Schnellkraft, ist das nicht wahr, alles? Schnellkraft, ist das nicht wahr, alles? Das sind die Köder. 20. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 26. 27. 27. 27. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017